Heilige Maria, ich wollte den Tanzwettbewerb gewinnen. Da bräuchte ich jetzt ein Zeichen. Hau, bleib schnell! Jesus Maria und Josef. Alles sicher. Letztes Jahr sind zehn Familien von da weggezahlt. Du möchtest das nicht einmal anders überlegen? Nicht für viel Geld. Ohne Highspeed, kein Marienzell. Wenn wir das Kavie wollen, dann müssen wir das selber zahlen. Dann verlegen wir uns das Kavie einfach selber. Sind ja nur noch ein paar Kilometer. In Josefskirchen gibt es einen Tanzwettbewerb, da kann man 10.000 Euro gewinnen. Wer macht mit? Also nicht wie Tanzen ein Dorf retten, so ein Schmarrn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich mach mit beim Tanzen. Du bist eine alte Schachtel, was willst denn du tanzen? Ihr braucht euch für nicht mehr so anzustrengen. Ich trete auf. Ich will Telefon setzen. Ich hab mich beruflich längst umorientiert. Auf was bist du ein Schauf, Willi? Äh. Ein Streich oder Leckwurst? Nein, ich möcht bloß eine Lieberkasse in mich. Super, mein Traum. Die klaut uns unsere Nummer. So eine Fotze. Immer schön PC, auch wenn's grad scheiße läuft. Ich hab halt einen Mega-Ständer. Nein, Doktor Hober, das mag ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Der Willi liebt mich nicht mehr auf der in der Blüte meines Lebens. Also das mit dieser Liebesthematik, das werden wir jetzt langsam zu voll. Sag mal, läuft da was zwischen euch? Ja nein, das ist sowas von far away. Du hast das falsche Polieren mit der Karte. Ich freu mich schon aufs Altershemd. Du nimm mir mein Einzelzimmer. We are Lily Mama Ria- where are we? Geoff Oi Dorn